Hallöchen, einen wunderschönen guten Morgen! Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Heute steht ein bisschen was auf dem Plan für mich. Schöne Dinge, sehr schöne Dinge. Ich habe gerade unser Bett ein bisschen frisch gemacht. Das mache ich ja immer morgens, weil ich das einfach sehr gerne habe. Und dann ist mir wieder was ins Auge gesprungen, was ich jetzt direkt mal lösen möchte. Wir haben ja über unserem Bett ein Bild hängen, für das ich schon seit sehr langer Zeit einen Rahmen selbst bauen möchte. Aber nicht nur das, wir haben heute auch noch ein Date. Also David und ich haben ein kleines Date. Wir gehen heute Abend alleine zum Essen, ganz ohne die Kinder. Das kommt ja auch nicht so häufig vor, da freue ich mich sehr drauf. Und ich weiß auch, dass heute mit der Post noch zwei Pakete ankommen werden mit Oberteilen. Ihr wisst ja, wenn ihr mich kennt, dass das so das Einzige ist, wo ich immer Probleme habe. Im Winter und Herbst nicht so, weil ich habe jetzt auch gerade ein langärmliches Oberteil an. Da fühle ich mich wohl drin, da weiß ich, was mir steht. Das trage ich gerne auch mehrere Lagen mit so Cardigans und sowas. Finde ich alles toll, aber im Sommer bin ich, was Oberteile angeht, einfach immer lost. Ich habe auch jetzt in meinem Kleiderschrank nur so Trägertops, aber da muss man immer einen trägerlosen BH anziehen. Und ich habe da auch nicht jeden Tag Lust drauf. Und außerdem möchte ich auch nicht immer meine Arme so komplett nackig zeigen. Jetzt im Moment bin ich da eh so ein bisschen unzufrieden mit. Deswegen habe ich mir mal nochmal ein paar Oberteile bestellt, die Ärmel haben. Kürzere Ärmel, ein bisschen längere Ärmel, was Luftiges. Und einfach mal schauen, ob da irgendwas Süßes dabei ist, weil das fehlt definitiv noch in meinem Kleiderschrank. Ich kann keine Hosen anziehen, weil ich keine Oberteile habe. Also laufe ich im Moment entweder mit Sachen rum, wo ich mich nicht wohl drin fühle, oder ich trage langärmlich. Und so soll es natürlich auch nicht sein. Also das ist der Plan für heute. Ich zeige euch mal gerade noch, um was es überhaupt geht. Wir haben ja hier über dem Bett dieses Bild hängen. Und das hat jetzt im Moment einen schwarzen Rahmen. War allerdings gar nicht so geplant. Also das ist einfach nur ein glänzender, schwarzer, dünner Rahmen. Das Bild ist auch noch auf einem ein bisschen zu glänzenden Papier gedruckt. Also das sieht man leider und das passt auch irgendwie noch nicht so ganz perfekt. Und da wollte ich mich schon lange mal drum kümmern. Ich habe nämlich hier einen Rahmen stehen, den ich mal auf dem Trödel gefunden habe. Super, super schönes Teil. Und wenn ihr unser Makeover-Video gesehen habt, von den Umzügen, habt ihr auch gesehen, dass ich schon mal versucht habe, den kleiner zu schneiden. Also das war ein riesengroßes Bild. Und ich wollte den auf Gehrung sägen mit einer Handsäge. Hat alles nicht so ganz funktioniert. Also es ist einfach schief und krumm und ist kein richtiger Rahmen geworden. Aber der David hat mir eine Säge gekauft. Eine Gehrungssäge, eine elektrische. Also so ein richtig cooles Teil. Mit dem ich das jetzt endlich machen kann. Und ich habe noch ganz viele von solchen Rahmen. Aber das werde ich jetzt direkt mal angehen, weil das will ich schon die ganze Zeit machen. Stunde der Wahrheit. Wir gucken jetzt mal, ob die Seiten aufeinander passen besser als beim letzten Mal. Ich hoffe und denke ja. Also wenn ich mich nicht komplett vermessen habe und nicht meine Intelligenz mich verlassen hat, müsste es jetzt genau aufeinander passen. Uh, sehr schön. Die Seite hier oben ist sogar noch besser. Bei der da unten hat ja so eine kleine Kante gefehlt. Aber das ist alt und hat Charakter. Das gehört so. Ich werde die jetzt einmal umdrehen und dann von der anderen Seite mit Winkeln festschrauben. Dann hält das auf jeden Fall. Dinge, die ich auf jeden Fall beim Prozess gelernt habe, sind. Mit Messen kommt man nicht unbedingt sehr weit. Ich habe jetzt immer eine Seite gesägt und dann an die andere gehalten und nochmal angezeichnet. Und ganz wichtig, auch mit einer Gehrungs- oder Kappsäge. Es muss alles perfekt gerade liegen. Also wir haben ja zum Beispiel hier bei dem Rahmen so eine Neigung, nennt man das wahrscheinlich. Also der ist einfach auf einer Seite dünner als auf der anderen. Und ich habe erst versucht, den von der anderen Seite zu sägen. Dann lag das aber ein bisschen schräg auf der Säge. Hat nicht funktioniert. Es hat dann nicht gepasst. Deswegen, das muss alles immer perfekt gerade sein. Nur dann funktioniert es. Wusste ich auch nicht, aber das habe ich jetzt gelernt. Es ist vollbracht. Am Morgen schon eine Sache erledigt, die mich gestört hat. So mag ich das. Aber das sieht jetzt genauso aus, wie ich es mir gewünscht habe. Und jetzt kümmern wir uns mal darum. Ich bin noch komplett ungeschminkt. Meine Haare sind nicht gemacht. Aber das werde ich jetzt mal kurz ändern. Und richte mich schon her für heute Abend. Und danach zeige ich euch dann die Oberteile, die ich bestellt habe. Ich freue mich jetzt richtig, ein bisschen Farbe im Gesicht aufzulegen. Habe ich nämlich schon länger nicht mehr gemacht. Also so richtig, richtig. Ein bisschen mehr Mühe gegeben. Aber ich bin im Moment wahnsinnig happy mit meiner Haut. Die sieht echt gut aus. Und das, obwohl ich eine Woche vor Periode stehe, kann man sich nicht beschweren. Das Einzige, womit ich nicht zufrieden bin, sind meine Haare. Die ist ja im Moment einfach... Ich weiß auch nicht. Ich weiß immer nicht, ob ich sie wieder lang haben will oder nicht. Weil dann kann man mehr damit machen. Aber irgendwie bin ich zu ungeduldig. Ich habe jetzt für nächste Woche nochmal den Friseurtermin ausgemacht. Mal schauen, was wir dann da machen. Auf jeden Fall mache ich die jetzt erstmal zur Seite, damit wir schminken können. Und mache mir ein Haaref rein. Das würde jetzt ultra sexy aussehen. Aber ich habe einfach gerne meine Haare aus dem Gesicht. Meine freie Leinwand sozusagen. Und ich benutze für mein Make-up schon seit Monaten, glaube mittlerweile schon über ein Jahr, nur noch die Produkte von Kes. Ich habe euch die auch schon mal gezeigt. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan der Produkte. Ich habe jetzt alle hier stehen, die ich nehme. Was neu ist, was ich benutze, was ich liebe, ist die CC-Creme von Kes. Die hat nämlich einen Lichtschutzfaktor 30. Heißt, ich mache den zwar drunter meistens morgens schon drauf. Aber falls ich es vergessen sollte, ganz wichtig, ich benutze die Farbe Light. Und wenn das aus der Tube kommt, sieht das einfach aus wie eine Gesichtscreme. Die ist weiß. Aber wenn ich die jetzt auf meinem Gesicht verteile, passt die sich einfach wahnsinnig gut meinem Hautton an. Seht ihr das? Also die ist dann einfach mit der Haut verschmolzen. Vielleicht so ein bisschen die Rötungen aus, das finde ich richtig gut. Aber was eben ganz besonders schön ist, ist, dass man die Haut noch so ein bisschen durchsehen kann. Also ich kann meine Sommersprossen noch sehen und auch so ein bisschen gerötete Wangen. Ich finde das einfach schöner wie so eine Full-Coverage-Foundation. Und wie gesagt, sie pflegt noch und hat Lichtschutzfaktor. Also bessere Kombi geht nicht. Dann benutze ich immer noch im Gesicht die Duo-Sticks. Meine absoluten Lieblingsfarben sind Tan und Coral. Und ich zeige euch mal, was ich damit mache. Habt ihr bei mir aber auch schon gesehen, mit dem Tan-Stick nehme ich immer die dunklere Seite und mache mir so ein bisschen Contouring ins Gesicht. Also einfach ein bisschen da hin, ein bisschen da oben hin. Und dann nehme ich mir einen weichen Pinsel und mache das so ein bisschen, verblende das so ein bisschen hoch an die Schläfe. Wie eine 3 im Gesicht quasi. Jetzt sehe ich schon so aus, als wäre ich ein bisschen in der Sonne gelegen. Lieben wir. Dann Coral. Benutze ich auch immer die Blush-Seite zuerst und mache mir auch so ein bisschen Farbe ins Gesicht. Das ist einfach die schönste Farbe. Ich liebe den so sehr. Guckt euch das mal an. Das ist so natürlich, das ist wie eine Creme auf dem Gesicht. Also super einfach damit zu arbeiten, selbst wenn man da nicht so viel Erfahrung hat. Ihr seht, ich stochere eigentlich auch nur ganz wild in meinem Gesicht rum. Und es sieht trotzdem wahnsinnig hübsch aus. Und wenn man möchte, gibt es dann bei beiden noch einen sehr schönen Highlighter. Den ganz natürlichen. Den kann man sich auch noch drauf machen. Und das war es dann schon. Mehr mache ich mit meinem Gesicht nicht mehr. Also das sind alles Creme-Produkte. Das fühlt sich jetzt nicht pudrig an. Es ist nichts zu matt. Ich finde, das sieht natürlich und glowy aus. Man hat trotzdem ein bisschen Farbe. Und heute möchte ich gerne ein bisschen Lidschatten benutzen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich gucke übrigens manchmal da hin, weil da hängt mein großer Spiegel. Dann will ich auch sehen, was ich hier mache. Und ich habe von Cass neu den Lidschatten-Tower. Mega. Vor allem, wenn man wegfährt. Weil ich habe hier in diesem kleinen Ding einfach drei Lidschatten drin. Eins, zwei, drei. Das sind einfach mega schöne Farben. Matte und glitzernde. Also wenn man in den Urlaub fährt, geht es eigentlich nicht praktischer. Und das werde ich jetzt auch mal benutzen. Make-up ist fertig. Und ich liebe das Grün auf den Augen. Ich habe irgendwie im Moment ja so ein Grün-Fable, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe sogar Grün auf den Fingernägeln und jetzt auch auf den Augen. Aber die Lidschatten-Palette ist toll. Die geht super einfach. Und ich habe natürlich auch einen Rabatt-Code von Cass für euch bekommen. Wenn ihr was ausprobieren möchtet, dann lohnt sich das jetzt. Ich habe einen 30%-Code. Der gilt noch bis Sonntag. Da könnt ihr zum Beispiel das Mix & Match Summer Glow Set holen. Also die Produkte, die ich gerade benutzt habe. Die hier. Die CC Cream gibt es in drei verschiedenen Farben. In Light, Medium und Tan. Dann könnt ihr eine auswählen. Dann den Coral Duo Stick. Das ist der, den ich benutzt habe. Mit dem schönen Rosé-Ton auf den Wangen. Und die Night Mascara, die einen wahnsinnigen Wimpernaufschlag zaubert. Richtig cool. Und wenn ihr das bestellt mit meinem Code, bekommt ihr noch eine kleine Mini-Mascara gratis. Mega praktisch, wenn man in den Urlaub fährt. Weil man einfach eine kleine Mascara dabei hat. Also das kann ich euch nur empfehlen. Und wenn ihr es nicht schafft bis Sonntag oder zu lange braucht, auch kein Problem. Denn ich habe danach nochmal einen 20%-Code für euch. Also ich packe euch einfach alles unten in die Infobox rein. Auch die Informationen. Ich habe ja auch einen Lippenstift drauf. Da fragt ihr bestimmt, wie das heißt. Schreibe ich unten alles dazu. Dann könnt ihr da super gerne mal vorbeischauen. Weil wir jetzt schon so hübsch gemacht sind. Auf dem Kopf und im Gesicht. Vielleicht muss ich jetzt natürlich auch noch nach einem passenden Outfit suchen. Übrigens, die Produkte, habe ich gerade gar nicht gesagt, sind alle vegan und tierversuchsfrei. Also ich liebe sie. Und jetzt probieren wir mal die Oberteile an. Vielleicht ist da noch irgendwas dabei. Ich habe mir überlegt, ich habe so ein bisschen Spanien-Vibes mit meiner Frisur und meinem Make-up. Vielleicht suche ich mir noch ein passendes Outfit aus. Und dann gehen wir heute Abend Tapas essen. Das wäre doch passend. Ich habe mal eben die Oberteile ausgepackt. Ich glaube, es sind ein bisschen viele. Also wir müssen einen kleinen Schnelldurchlauf machen. Aber ich brauche auf jeden Fall eure Hilfe. Weil ich habe schon beim ersten Auspacken gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, worin davon ich mich eigentlich sehe. Ich habe alle möglichen unterschiedlichen. Übrigens, das ist der Boden der Knast. Wisst ihr Bescheid. Altbau. Ich habe alle möglichen Stilrichtungen bestellt. Normale T-Shirts mit Ärmeln, mit Rüschen, mit allem drum und dran. Ich greife jetzt einfach mal irgendeins raus und ziehe es an. Und ihr sagt mir dann in den Kommentaren, bitte, wie ihr das findet. Also als erstes weiß es immer gut im Sommer. Das hat hier so Puffärmelchen und das ist jetzt schon so ein Problem. Also irgendwie, glaube ich, ist das jetzt nicht so praktisch. Und das schnürt auch so ein bisschen ein. Sieht man das überhaupt, dass es einschnürt oder geht's? Kann ich schon nicht einschätzen. Ich finde, das wirkt so ein bisschen, als wäre es runtergerutscht. Ist es aber nicht. Also von mir eher ein Nein, aber sagt ihr mal, was ihr denkt. Wir gucken mal weiter. Was haben wir denn als nächstes? Wir wollen ein bisschen Farbe. Grün. Natürlich grün. Was auch sonst. Es ist ein normales T-Shirt. Die sind ja eigentlich immer ganz cool zu Jeans. Aber mir sind die immer so langweilig, wenn ich nur ein weißes oder ein schwarzes T-Shirt anhabe. Das hat einen netten Schnitt. Aber irgendwie ist mir das hier so ein bisschen zu stramm. Also ich hätte irgendwie gern weitere Ärmel, dass das irgendwie cooler aussieht. Warum sieht das lahm aus? Helft mir. Was kann man mit normalen T-Shirts tun, damit es nicht lahm aussieht? Klar, man könnte jetzt noch Ketten anziehen oder so. Aber ist das was? Ich weiß es nicht. Die Farbe ist schön. Die mag ich. Und das Material ist auch ganz angenehm. Kommen wir zum nächsten. Beige. Darf in meinem Kleiderschrank nicht fehlen. Auch nicht bei Oberteilen. Also habe ich mal auch ein paar beige Varianten. Und zwar verschiedene. Wir haben hier einmal Polo. Hatte ich noch nie. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie ein Polo-T-Shirt. Das ist ein bisschen sehr kurz für meinen Geschmack. Eigentlich suche ich nach Oberteilen, in denen ich mich immer wohl fühle. Also wo ein bisschen was auf den Armen ist, die nicht zu kurz sind. Das könnte jetzt mit einer High-Waist-Hose noch funktionieren. Aber ist das zu spießig? Oder zu frei hier oben? Oder geht das? Schreibt es mir mal. Nächstes Beige zeige ich euch gleich. Das hat mir online, glaube ich, mit am allerbesten von allem gefallen, was ich bestellt habe. Ob das jetzt sommerlich ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher, wenn es nicht so heiß ist. Weil sonst ist das mit Sicherheit zu warm. Aber ich fand es irgendwie online ziemlich süß. Da ist jetzt wieder die Frage... Ah, hier ist nicht gebunden. Da ist jetzt wieder die Frage, ist das zu verspielt für mich? Außerdem mag ich ja meine Figur eigentlich auch gerne. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine weite Jeans an irgendwie. Die, glaube ich, passt es dann nicht so, oder? Ist das nicht alles zu weit? Grundsätzlich finde ich es aber sehr schön. Also ich finde den Schnitt cool. Es ist angenehm. Es ist hier nicht zu eng. Also das ist schon echt süß. Aber das müsste man wahrscheinlich anders kombinieren als mit einer weiten Jeans. Hm, das kommt vielleicht in die engere Auswahl. Das hier könnte noch interessant sein, weil es mal eine andere Armlänge hat. Das ist ein braunes T-Shirt. Also auch ein normales. Aber ich finde es irgendwie immer cool, wenn T-Shirts so eine Rippstrickoptik haben. Das hat das auch. Und das hat so lange Ärmel. Das fand ich irgendwie cool. Wie finden wir das? Muss natürlich vielleicht in die Hose. Aber ist das was oder ist das nichts? Ich muss immer aufpassen mit den BHs, weil ich mag das nicht, wenn man die da durchsieht. Aber es gibt ja schöne T-Shirt-BHs. Aber das fand ich irgendwie cool von der Armlänge. Könnte auch cool sein. Wobei, halt dunkelbraun, ne? Wenn das jetzt irgendwie farbig wäre, wäre es vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Merkt meinen Struggle. Ich bin einfach, was Oberteile angeht, eine absolute Null. Alles andere kann man mir geben. Da fühle ich mich wohl drin. Aber Oberteile ist echt eine Nummer für sich. Ich habe gerade gesehen, ich habe auch noch ein Oberteil ohne Ärmel bestellt. War eigentlich nicht der Plan, aber es muss mir wohl gut gefallen haben. Die Farbe gefällt mir jetzt auf jeden Fall schon mal. Oh, okay. Holla, die Waldfee. Oh Gott, ich glaube, ich habe es zu eng gemacht. Ja. Bei so Oberteilen, wo nichts nach oben geht oder die nur so Träger nach oben haben, habe ich immer Angst, sehr breit zu wirken nach oben. Weil ich schon eigentlich breite Schultern habe, würde ich jetzt mal fast behaupten. Aber irgendwie ist es ganz niedlich, oder? Was meint ihr? Vielleicht mit einer beige Jeans oder auch mit einem Rock? Kann ich mir das tatsächlich sehr gut vorstellen. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr enge Wahl. Obwohl es keine Ärmel hat. Und ich muss ein bisschen aufpassen, wenn so Dinge über den Nacken gehen. Auch bei Bikini-Oberteilen im Nacken. Weil ich da einfach super empfindlich bin. Aber schön ist es. Ein einziges schwarzes Oberteil hat sich mit dazu gesellt in meine Bestellung. Das hat mich sehr an ein T-Shirt erinnert, was ich früher mal hatte. Das war beige damals. Und das habe ich nicht mehr, weil es mir zu groß ist. Aber das hat mich sehr daran erinnert. Und zwar hat das hier vorne so eine Knopfleiste. Könnt ihr das sehen? Das fand ich irgendwie süß. Und ich liebe ja diesen nicht so ganz runden Ausschnitt, sondern der so ein bisschen wie ein U ist. Ich glaube, der heißt... Nee, U-Boot-Ausschnitt ist der. Aber ihr wisst, was ich meine. Den finde ich immer sehr schmeichelhaft, weil der einfach so ein bisschen die Schlüsselbeine freilegt. Und aber nicht zu viel Dekolleté zeigt. Also das fand ich ganz süß. Auch mit den Rüschen hier. Es macht einfach ein bisschen was her. Es ist nicht ein langweiliges schwarzes T-Shirt, sondern es hat was. Also das behalte ich auf jeden Fall. Ich hoffe, ich bin euch jetzt nicht zu schnell hier beim Anprobieren. Aber wie gesagt, wir haben jetzt noch vier Stück oder fünf sogar. Wir müssen uns beeilen, Freunde. Wir haben noch eine Option aus Leinen. Da habe ich immer beim Anziehen so Probleme, weil das ja keinen Stretch hat. Jetzt mache ich mir aber eine schöne Frisur kaputt. Müssen wir dann gleich nochmal richten. Oh Gott. Das ist natürlich auch problematisch, wenn man ein bisschen Boops hat, dass man da überhaupt reinkommt. Oh, das ist auch sehr kurz. Also irgendwie, das hat mir zu viel von allem. Was soll der Krack? Also wenn das nur das Oberteil wäre, wäre das, glaube ich, schon ganz cool. Dann ist es auch nicht so schlimm, dass es ein bisschen kürzer ist. Also das würde ich jetzt eigentlich gut finden. Ich mag, dass die Ärmel so weit geschnitten sind. Das finde ich süß. Das ist bei dem Material ein bisschen schwierig, weil das halt nicht so locker fällt. Das muss man auf jeden Fall bügeln. Das hier vorne finde ich auch ganz süß. Das ist ein BH ein bisschen schwierig. Aber das ist mir too much. Das hätte ich gerne weg. Also wenn der Kragen nicht wäre, wäre es schon ganz süß. Was meint ihr? Wäre das ein Style, der mir grundsätzlich stehen würde? Das ist die Frage. Und das Wieder-Raus-Kommen. Oh mein Gott, ich glaube, es hat einen Reißverschluss. Echt jetzt? Es hat einen Reißverschluss. Und ich bemerke es, nachdem ich es angezogen habe und mich schwer getan habe. Also das geht auch mit größeren Boops. Eine Variation in ganz bunt. Das erinnert mich ein bisschen an ein T-Shirt meiner Tochter. Die hat tatsächlich in fast denselben Farben ein Top. Aber ich dachte, es ist Sommer, es ist Eisdielenzeit und so. Und irgendwie will ich einfach ein bisschen mehr Farbe in meinem Leben haben. Deswegen ein buntes T-Shirt. Ist es zu gewagt? Sieht es aus, als hätte ich es aus dem Kleiderschrank meiner Tochter. Oder ist es cute? Ich muss selber mal im Spiegel schauen. Hm, also ich würde jetzt mal sagen, die Farben stehen mir schon. Es hat so Grün und Orange. Es ist schon irgendwie niedlich. Wenn man das jetzt cool kombiniert. Ich würde jetzt wahrscheinlich eine weiße, weite Hose anziehen und eine bunte Sandale dazu. Und noch eine coole Handtasche. Ist das was? Also bequem ist es. Sehr sogar. Sehr weiches Material. Kommt auf jeden Fall auch in die engere Wahl. Und wenn ihr sagt, es ist gut, dann behalte ich es. Also strengt euch an mit eurer Bewertung. Zwei haben wir noch. Ich habe noch das hier. Sieht ein bisschen steif aus. Hört ihr das? Also es ist auf jeden Fall ein eher festes Material. Und dick ist es auch. Also schon ein bisschen was Eleganteres, für wenn es nicht gerade 35 Grad hat. Würde ich jetzt mal fast behaupten. Uh, aber es sitzt schön. Okay, also das überrascht mich jetzt. Die Länge finde ich schön, weil es einfach bis zum Ende der Hose geht. Schwieriger, weil man das nicht in die Hose machen kann. Also finde ich, dass das mit so Knöpfen und Hosenlaschen irgendwie doof aussieht. Also ich weiß nicht genau, was man dann da drunter zieht. Eine Hose ohne Knöpfe und Hosenlaschen wahrscheinlich. Aber das hat auch wieder so einen schönen Ausschnitt. Und das hier ist richtig cool. Das hat ja so einen Gummibund, aber komplett drüber. Das heißt, es schmiegt sich total schön an den Körper an. Und es ist auch tatsächlich zum Tragen angenehmer, als es sich anhört. Wenn man es das erste Mal in der Hand hat. Also das ist schon eigentlich ganz nett. Aber sehr mädchenhaft. Bin ich mädchenhaft oder ist das eher nichts für mich? Die letzten zwei. Und eins ist da dabei. Da finde ich die Farbe grandios. So wunderschön. Das zeige ich euch jetzt. Das ist eigentlich genau dasselbe, wie das in Beige vorher. Also nicht unbedingt was für sehr heiße Tage. Aber jetzt stellt euch mal vor. Ich fahre ja dieses Jahr das erste Mal seit, lasst mich rechnen, 2008. Also seit 14 Jahren. Ist das richtig? Ja. Ans Meer. Und dann abends, wenn man irgendwie noch unterwegs ist, so ein buntes Ding drüber. Die Farbe ist einfach, also die Farbe finde ich richtig gut. Was meint ihr? Ist auf jeden Fall ein Keeper, oder? Also da fühle ich mich schon sehr wohl drin. Ich weiß nicht genau was drunter. Vielleicht auch einfach eine lockere Stoffhose oder sowas. Aber das finde ich schon, also das finde ich schon echt süß. Und das letzte ist ein weißes. Wie gesagt, ich suche ja auch noch ein bisschen nach was Weißem, weil ich das einfach schön finde im Sommer. Mit ein bisschen braungebrannter Haut. Und zu Jeans passt Weiß halt auch immer wahnsinnig gut. Und da ich sehr viele Jeans habe und sehr wenig Oberteile, muss ich das irgendwie ausgleichen. Aber das ist, hm. Das ist jetzt wieder die Frage. Ist das zu viel Puffärmel? Weil ich, also ich habe immer das Gefühl, das macht mich ein bisschen so breiter oben. Und das ist halt einfach sehr niedlich. Aber der Schnitt ist wunderschön. Ist toll, dass das so ein bisschen am Busen abgehoben ist. Und die Knopfleiste ist süß. Und das kann man auch schön in eine Hose reinmachen. Also es ist schon sehr schön. Und es ist sehr dünn. Also das heißt, man schwitzt eigentlich auch nicht drin. Und selbst wenn, hat man wahrscheinlich keine Schweißrende, weil hier der ganze Stoff da ist. Also es ist schon sehr niedlich. Ich brauche eure Hilfe. Ganz dringend. Schreibt mir mal unten rein. Sagen wir mal, was eure drei Top-Favoriten waren. Weil sonst, man nimmt das wahrscheinlich überhand bei so vielen Oberteilen. Also schreibt mir das unbedingt. Und schreibt vielleicht auch noch hin, was ein absolutes No-Go war, dass ich das auch noch weiß. Und ich werde die jetzt mal hier lassen und dann eure Kommentare studieren. Und mich dann erst entscheiden. Weil, wie gesagt, Oberteile ist einfach nicht mein Game. Da bin ich super schlecht drin. Ich hoffe aber sehr, dass es euch gefallen hat, mich trotzdem dabei zu begleiten, wie ich alles anprobiere. Und wenn ja, Däumchen nach oben nicht vergessen. Vergesst auch auf gar keinen Fall in der Infobox vorbeizuschauen und den 30%-Code von KESS euch zu sichern. Wenn ihr es nicht schafft, wie gesagt, ab nächster Woche gibt es noch einen 20%-Code. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizugucken. Und ich werde mir jetzt was zu essen machen. Das hier aufräumen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.